auch dann mit an hier und bei mir ist auch mega laut du lädst mich ein ja ich lade dich ein muss aber auch erst einmal hier okay doch müsste eigentlich gehen ja dann mal zurück spielen benutzer definiert das spiel ne ich dachte eigentlich wir spielen irgendwo wo mehrere sind das können wir auch machen aber dann brauche ich dich nicht einladen dann müssen wir einfach nur gucken dass wir ein server finden ja dann sag ich suche ich suche ich suche ganz oben war zwar aber ich suche trotzdem einmal okay dann richten wir uns nach ganz oben serverlist und offiziell ne serverlist offiziell und das wäre dann eu 32 da wäre noch platz jetzt natürlich die frage ob sie schon angefangen haben oder nicht sonst müssen wir wahrscheinlich kurz war ja das spiel läuft bereits das ging halt irgendwie ein bisschen mit mir durch man kann von oben zuschauen wie sehr sich das spiel verändert hat ich kenne es noch aus dem early access ja ne so 1985 sah das noch ganz anders aus so lange gibt es das spiel noch nicht weiß ja aber wie gesagt äh nächsten montag wirst dann halt dran ein theoretisch ein theoretisch sofern du mir zugehört hast was ne ich hab mir grad ja das ging angehört was was bezüglich er der ringe ach so da ich ja nicht weiß wie es bei dir ungefähr mit zeit aussieht ich möchte das ungern wieder umlegen es ist kein muss ne ich hab das schon verstanden alles gut okay wenn sonst ein bisschen nämlich noch ein anderes im homo rauskram ich glaube wie lange zehn stunden äh das kurs ist glaube ich nicht ganz so der hit ich glaube das halte ich selber nicht durch es wird auf auf dauer so ein bisschen langweilig ja also ist ist geil das konnte ich nicht anders sagen ich spiele ich gerne aber ich kann das nicht zehn stunden am stück spielen ich glaube ich fliege nach oben was was hey alles gut und so bei dir so ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht weißt du das warum nein ich bin hier gerade so in der feinensicht so nach oben geflogen und ich habe gesagt er fiegt nach oben oh hier ist ein steckbrief von dir du wirst gesucht hier ich mhm äh komm mal äh in so eine kleine hütte hier im abgrund auf der rechten seite ja ich ich habe gerade ich habe gerade rausgezappt und bin bei Twitch ich habe es gesehen ach so ja hat eine gewisse ähnlichkeit kann ich nicht abstreiten ja finde ich auch ja ja ich hätte gar nicht raustappen müssen ich bin bei der Hütte na super oh man äh wow was ist das denn für ein Noahs ne also neu bin ich nicht aber wir spielen es ja zusammen ich habe es jetzt ein einziges Mal alleine gespielt gehabt weil halt spontan was dazwischen kam spielen tue ich ja seit sechs sieben Jahren ja aber wie gesagt das ist halt so ein so ein together ding weil es halt zusammen halt mehr Spaß macht als wenn wir da jetzt alleine uns durch metzeln würden älter scroll zum beispiel mache ich halt alleine aber das ist halt auch so so ein selbstläufer quasi da habe ich jetzt nicht so Probleme allein oder da spiele ich halt relativ gerne alleine aber ich habe jetzt äh für ich wünsche halt meinen Streamplan gemacht dass ich halt alle zwei Wochen an ungera oder in ungeraden Wochen halt MMOs zocke das wären halt in dem Fall die beiden Herderinge und Eso gut liegt natürlich an Kaya ob er dann auch Zeit hat und ja ansonsten müsste ich halt noch ein zweites äh ein drittes MMO mit aussuchen hab ja mehr als genug warten bis alle spieler breit sind äh alle breit alle breit nee nee das dauert noch aber weißt du ich finde es so geil nee das spiel will ich nicht haben nee nee deine spiele die du aussiehst die sind scheiße nee nee das will ich nicht mhm so und und jetzt kam wie wir widget wollen wir widget spielen verstehe ich nicht die verbindung ist so schlecht was hast du gesagt mhm das ist überhaupt das ist so auffällig hier ich glaube irgendwie auch dass ich ich hab irgendwie das Gefühl ich bin unterversichert mhm ich glaub das erste Versteck wo ich war war besser oh der hat mich angeschlossen aber es ist nichts passiert wieso das denn was bist du denn das sag ich dir nicht du kannst mich danach klären oh da fliegt also irgendwas ist oh irgendeine kameradin wird da gerade abgeknallt also ich bin's nicht das lenkt lenkt von mir ab das ist ganz in Ordnung ich bin's nicht das problem ist sie sind gefährlich in meiner gefährlich in meiner oh god hehehehe ich vor allem ist ich gott und alles okay oder Das war sehr knapp. Okay, oh Gott, es kommt wieder einer, es kommt wieder einer, es kommt wieder einer, es kommt wieder einer. Ich will hier weg. Ah, fuck. Ah. Na gut, lauf, mein Schicken, lauf. Lauf, mein Schicken, lauf. Scheiße. Das ist so ein Trampolin, ey, ich hab's gerade echt bis hinten ins Meer fliegen sehen. Scheiße, 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 scheiße. Oh Gott, hab ich Glück, ey. Scheiße, 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 scheiße. Ehrlich, tolles Spiel. Nein! Nein, 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 okay. Ey, wie kann man denn umgekehrt an der Hexe werden? Weiß er nicht. Also vom Sucher zu, stopp auch gerade, der eine. Weiß er nicht. Stopp. Ich hab da nicht drauf gedacht, das. Du bist viel weg, der Vogel. Ich hab'n Ball aus der Map geschossen. Schön. So rennt dieses verdämliche Huhn auch noch ins Wasser, ey. Wieso nicht? Ja, weh. Mir sind das ja eindeutig zu viele Jäger. Ich hab' mir meine Christkugeln auf'n Keks. Hm? So minimal. Juhu, Hexen gewinnen. Bleh. 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 Äh, da. Bleh. Nö, 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 nö. So. lecker energy gäbe eigentlich so geile orte sich zu verstecken aber ich habe einfach nicht genug energie um da hoch zu fliegen wenn ich wenn ich eine hexe wäre werden würde ich bin hexe so So. Hoch. Ich hab mich hier irgendwie fest. Komm hier nicht mehr weg. Ach Mause. Oh Mann. Komm her. Ich bin Opfelsan. Okay. Nein, nein, nein. Hilfe. Ich bin nicht sicher, ob ich hier oben sicher bin. Man ist nirgendwo sicher. Okay, ich bin hier oben auf jeden Fall nicht sicher. Aber vielleicht hab ich ja Glück und man entdeckt mich einfach nicht. Oh Scheiße. Das war knapp. Ich will was Kleineres sein als das, was ich bin. Oh Gott. Bleib einfach hier liegen. Ich hab bis jetzt zwar mal einen gesehen, aber das war's dann auch. Oh. Oh. Also ich sehe hier ständig welche. Das ist bisher noch nicht so, dass jetzt einer hier in meinem neuen Stand und vorbeigekommen ist. Okay. Oh. Oh. Oh Gott. 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 Weiß qualidade. Ich hab das eben voll nicht gemisst gekriegt. da war nur plötzlich einer na toll was ist jetzt ein bisschen laufen die hühner eigentlich die ganze so permanent besoffen sind es gibt es einfach nur ist nicht zu geworfen das ist doch nicht normal Okay, da ist Level Ende. Ich weiß nicht, ich habe ein einziges Mal irgendeine Hexe getroffen, aber das war es dann auch schon. Oh Mann. Ja, ne? Finde ich auch. Also wir müssen das auf jeden Fall in unsere Sonntagsliste mit einreihen. War es Widget? Ja. Dein Freund hat das auch, ne? Ja. Gut. Wie es bei den anderen beiden aussieht, weiß ich nicht. Bei Sio und Durfte. Sio hat es nicht. Durfte? Weiß ich nicht. Durfte, konnte ich nachfragen. Kellen? Kann ich mich ja mal schlau machen, wie es bei ihm aussieht. Das können sie gerne tun. So, das ist jetzt für mich auch die letzte Round. Dann noch was gucken und dann morgen früh zur Mutter. Also nicht zu dir, sondern zu meiner echten. Ja. Ja, ich werde wahrscheinlich hier nach Witcher spielen, denke ich mal. Ja, ich bin wieder Hexe. Ich auch. Aber irgendwie glaube ich, ich habe so das Gefühl, dass ich wieder sterben werde. Ja, ich auch. Kann man eigentlich irgendwie auch, gibt man irgendwie verschiedene Skins? Weil manche Hexen sehen anders aus. Ja. Ich habe, ich bin ja so dieser Einheitsbrei hier. Nein! Nein! Bist du da gerade geflogen? Wahrscheinlich, ja. Ich habe mich versteckt. Ich auch. Ich überlege gerade, was habe ich denn noch? Stimmt, Lego Hobbit hätte ich noch zur Auswahl. Oder Tomb Raider hätte ich auch noch zur Auswahl. Welches? 2013, das hatte ich jetzt am Sonntag beim 24-Stunden-Stream angefangen. Genau wie Hobbit. Na, Tomb Raider ist wohl. Also, das ist die 2019er-Version. Mag ich definitiv. Gefällt mir. Ich weiß nicht, wo das Interesse größer wäre. Ansonsten würde ich wahrscheinlich wirklich Witcher machen. Witcher. Witcher. Witcher, Witcher. Hatte ich zwar vorhin schon, aber... Rein theoretisch ist es Mittwoch ja sowieso Witcher-Tag. Das war ja wirklich spontan heute mit Herderinger. Ja. Deswegen... Hier. Huch. Scheiße. Und am Freitag bin ich wieder fällig bei Chris Bendicoot. Oh Gott. Ja. Ja. Also, wenn ich da zu Hause bin oder keinen Besuch haben sollte, werde ich auf jeden Fall als Mod da sein. Ja. Also, als seelische Unterstützung trifft es eher. Ja. Äh, ich habe... Oder das? Ich glaube, letzte Woche war das. Das war ja der letzte Stream, wo ich Crash gespielt hatte. Ähm, ich habe zwei geschlagene Stunden an einem und demselben Level verbracht und ich bin immer noch nicht fertig. Ei. Ich bin kurz vor Level Ende bin ich gestorben. Okay, das ist mies. Und ich bin tot. Also, ich bin kein Freund von Crash Bandicoot. Zumindest nicht vom Ersten. Ich, äh... Ne. Ich bin zu blöd für das Spiel. Ich kriege es einfach nicht auf die Reihe. Wo geht's denn hier lang? Ich falle ins Nichts. Äh, vielleicht liest es auch wirklich einfach daran, dass ich mit dem Spiel nicht aufgewachsen bin. Fuck. Na, haben sie dich auch gefunden? Ja. Ja. Und ich dachte vielleicht tatsächlich, ich überlebe das. Ja. Halsch gedacht, Trottel. Für Spendicoot ist auch toll. Ja, es mag vielleicht für die Leute, die das Spiel können, ein echt tolles Spiel sein, aber ich... Wow, was ist das denn? Ich bin einfach zu schlecht. Also, ich sterbe... Auf Drogen. Tausendmal. Und wie gesagt, für das letzte Level, wo ich jetzt dringesessen hatte... Also, nicht das allerletzte, aber... Ich glaube, ich bin auf der letzten Insel. Irgendwo Mitte... Anfang Mitte der Karte. Ich komm da... Ich komm einfach diese komische Mauer da nicht hoch. Naja. 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 Hallo, da bist du ja. Naja. Also, ich bin erwachsen und ich krieg's nicht hin. Ich... Ich... Ich glaube, ich stell mich einfach auch zu blöd an. Vielleicht bin ich auch einfach zu ungeduldig. Aber... Irgendwie... Nee, das Spiel ist einfach nicht meins. Irgendwie... Ich werde... Gut, ich werde 2 und 3 und 4 natürlich noch spielen. Definitiv. Vielleicht stell ich mich da besser an, aber der erste... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.